Hi, hier ist der Alex von Wireless A Cappella. Am 28. und 29. September steigt in der Werler Stadthalle das große Sing- und Swing-Festival des Chorverbandes NRW mit 46 Chören und Vokalgruppen. Alle Infos unter www.cvnrw.de. Ich bin mit Wireless am Start und freue mich auf euch. Leute, aufgepasst! Ein Wochenende, 35 Jazz- und Popchöre, 12 A Cappella Vocal Bands, eine A Cappella Nacht. Wo? In der Stadthalle Werl am 28. und 29. September. Und ich bin dabei. Sehen und hören wir uns da? Euer Marco von Musix, der Berliner Vocalband. Hallo, hier ist Johanna von Cacappella. Am 28. und 29. September steigt in der Werler Stadthalle das große Sing- und Swing-Festival des Chorverbandes NRW mit 46 Chören und Vokalgruppen. Alle Infos unter www.cvnrw.de. Ich bin dabei und freue mich auf euch. Ich bin dabei und freue mich auf euch. Ich bin dabei und freue mich auf euch. Vielen Dank.